Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur sechsten Folge von Trek am Dienstag. Und bei mir ist wieder der Simon. Hallo, liebe Leute. Hallo, Sebastian. Schön, dass es gleich wieder losgeht hier mit Star Trek. Star Trek. Bevor wir in unsere Folge heute reingehen, beim letzten Mal oder bei einem der letzten Male habe ich behauptet, nein, es war in der Pilotfolge, wo ich es behauptet habe, wir wären jetzt so der erste und einzige Podcast in Deutschland, der sich alle Star Trek Folgen mal vorknöpft. Und dann meldete sich ein anderer Podcast bei mir. Die meldeten sich ganz freundschaftlich und das war nämlich der Podcast Borg ist nicht schwedisch. Und die machen genau das Gleiche, aber eben nicht genau das Gleiche. Das ist so eine Handvoll Leute und die gucken das unter so einem absoluten Spaß herangehens Faktor, sag ich mal, zusammen. Und die schauen auch die Folgen nicht in der Reihenfolge, so wie wir es tun, sondern die greifen in die große Lostrommel, die Lottofee jedes Mal wieder und dann losen sie aus, welche Folge geguckt wird. Total cool, total lustig, total sympathisch. Und ich wollte euch nicht auf die Füße treten, aber wir haben uns auch schon natürlich miteinander Kontakt gehabt, ganz freundschaftlich und schön, dass es euch gibt und schön, dass ihr uns auch über eurem Twitter-Feed outgeschautet habt. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Tagen zwischen den Dienstagen, vielleicht hört ihr einfach mal rein, bei Borg ist nicht schwedisch. So ist auch die zusammengeschrieben, die URL von den borgistnichtschwedisch.de. Keine Löcher. Kann ich mich nur anschließen. Ich kannte den Podcast nicht. Ich finde den Namen ja total super. Das muss ich jetzt erst mal sagen. Ja, also fantastisch, fantastischer Name, super einfallsreich. Und ja, wenn wir ihn gekannt hätten, dann hätten wir das natürlich auch erwähnt. Aber jetzt, super, höre ich jetzt auch mal rein und ihr solltet das da draußen auch auf jeden Fall tun. Genau so ist es. Ja, und wir haben diese Woche nicht gelost, sondern wir sind ganz, wie immer, ganz stoisch an unserem Sendeplan entlanggegangen. Und bei welcher Folge diesmal rausgekommen, Simon? Wir sind rausgekommen bei Mud's Women, zu deutsch die Frauen des Mr. Mud. Das ist ja auch die erste Staffel natürlich. Original Series wurde ausgestrahlt am 13. Oktober 1966 in den USA. In Deutschland kam die Folge, das habe ich jetzt auch mal nachgeguckt, am 21. September 1987 erst. Diese Folge führt einen der beliebtesten Charaktere oder Nebencharaktere ein der Original Series, nämlich den Mr. Mud. Ja, der darf dann auch gleich titelgebend sein. Gespielt von Roger C. Carmel. Und interessanterweise hat der nur zwei Auftritte gehabt. Drei, wenn man den in der Zeichentrickserie mitzählt. Und ist trotzdem zu so einer Legende quasi bei Star Trek geworden. Da sind andere viel häufiger mal am Rande aufgetreten, aber haben nicht so einen Eindruck hinterlassen wie Harry Mud. Genau, er ist ja auch ein sehr besonderer Charakter und er hinterlässt auch sehr viel Eindruck als Nebencharakter. Ich habe ehrlich gesagt auch in Erinnerung gehabt, dass der tatsächlich öfter als zweimal zu sehen ist. Aber er ist ja tatsächlich nur zweimal zu sehen in der Original Series. Wenn man das halt mit späteren Serien vergleicht, wie zum Beispiel Deep Space Nine, wo du halt Nebencharaktere hattest, die eigene Story-Arcs hatten über viele, viele Folgen, dann ist das auch schon so ein bisschen witzig, finde ich. Und vielleicht kommt ein Teil dieses Eindrucks auch daher, dass man ihn ja auch für die Tribble-Folge in der zweiten Staffel hat gewinnen wollen und da hatte er keine Zeit. Und da haben sie so einen anderen Typen genommen, der so einen Hochstapler spielt. Der schlägt irgendwie genau in die gleiche Kerbe. Du merkst, das soll so ein Harry Mud sein, aber er ist es eben nicht. Vielleicht kommt das auch daher. Genau. Und er ging ja auch vor ein paar Wochen wieder durch die Schlagzeilen. Weiß ich nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Simon? Nee, tatsächlich nicht. Was ist mit ihm? In der neuen kommenden Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, die vielleicht irgendwann mal kommt, ich kann es noch nicht so richtig glauben, weil sich das immer und immer wieder verzögert, haben sie den Schauspieler Rainn Wilson zum Beispiel aus dem amerikanischen The Office gecastet als einen wiederkehrenden Nebendarsteller. Und er soll Harry Mud spielen. Das ist sehr interessant. Die Serie spielt ja auch zu der frühen Zeit von Starfleet, oder soll so spielen, zu der frühen Zeit von Starfleet. Und ja, das wird ja ganz gut passen, diesen Charakter wieder einzuführen. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Diesen Han Solo des Star Trek. Obwohl, eigentlich ist das ja nicht wirklich. Er ist ja noch viel durchtriebener und viel fieser eigentlich. Ja, die Story übrigens zu dieser Folge, die stammt von Gene Roddenberry. Das Drehbuch von einem Herrn namens Stephen Kandel. Ich habe ein bisschen was gesucht über den, habe aber nicht viel gefunden. Der hat in ganz, ganz vielen Serien mitgeschrieben. Bei Love Boat hat er Folgen geschrieben, bei Harder Bay Herzlich. Diese ganzen 80er-Serien hat er auch mitgemacht und so. Was ich aber gelesen habe und was ich auch nicht wusste vorher, ist, diese Folge war eine der Folgen, die für den Pilotfilm vorgeschlagen wurden. Und dann war sie den Machern doch ein bisschen zu zwielichtig mit ihrer Thematik, als dass sie das als erstes hätten raushauen wollen. Es geht ja ein bisschen um einen Zuhälter, wenn du so willst. Ja, um einen Menschenhändler. Und das war den NBC-Verantwortlichen tatsächlich ein bisschen zu heikel. Nicht so heikel, dass sie da jetzt gesagt hätten, da macht man aber keine Folge draus. Aber der Pilotfilm hat es auch nicht sein sollen dann. Und so fiel dann die Wahl auf When No Man Has Gone Before. Ich weiß nicht, was das für ein Pilotfilm gewesen wäre. Ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert. Wie siehst du das? Glaube ich auch nicht, nee. Es ist ja auch eher eine seltsame Handlung. Ja gut, aber wenn man das so sieht, Where No Man Has Gone Before, ist ja auch eine seltsame Handlung. Ja, anders seltsam. Anders seltsam, genau. Tun sich nicht so viel. Die Frauen übrigens, oder die Sache mit den Frauen und den Drogen und so, wo wir später drauf kommen, muss ich mal sagen. Das kam von Roddenberry und den Charakter des Harry Mudd, den hat der Candle erfunden. Und dann haben die das irgendwie zusammen gewurstet in die Folge. Ja, zwei Handlungsstränge sozusagen. Oh, jetzt kommt die Polizei. Ja, okay, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt haben wir über Harry Mudd geredet und schon kommt die Polizei. Ja, starten wir doch mal einfach mit der Folge so ein bisschen. Die Ausgangssituation ist, die Enterprise verfolgt ein unbekanntes Schiff in ein Asteroidenfeld. Das ist ein Class J Cargo Schiff. Ja, und irgendwann, das Schiff meldet sich nicht, reagiert nicht auf Hales und irgendwann müssen sie sogar den Deflektor quasi ausfahren, sonst würde das Schiff zerstört werden. Und was mir da aufgefallen ist tatsächlich an dieser Szene, man sieht echt recht viele Einstellungen von der Brücke der Enterprise, die man in den Folgen vorher nicht so gesehen hat. Also du siehst auch diesen kompletten rechten Teil der Brücke sehr ausführlich. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber so intensiv habe ich das gar nicht gesehen. Man sieht auch wieder ganz, ganz viele blinkende Lichter und diese rote Alarmsirene vorher. Aber ich finde, die Brücke wirkt so ein bisschen größer in dieser Folge. Vielleicht haben sie sie ja auch vergrößert anlässlich dieser Folge. Mir ist das jetzt nicht aufgefallen, aber die Brücke funktioniert ja wie eine Torte, sodass du immer mal so ein Segment da rausnehmen kannst, um da die Kameras hinzustellen und dann in den Rest reinzufilmen. Vielleicht haben sie die erst zu dieser Folge hier tatsächlich auch fertiggestellt und wollten dann mal die rechte Seite zeigen. Echt, ist das so? Das kann, also ist mir auf jeden Fall so aufgefallen, ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht genau. Wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin, ist, dass Uhura das erste Mal diese gelben Klamotten anhat. Oder sind es grüne Klamotten? Keine Ahnung. Also normalerweise hat sie die rote Uniform an und hier hat sie plötzlich das gelbe Kleidchen an. Das hat sie nur ganz selten in den Folgen mit einer niedrigen Produktionsnummer. Ich meine, je nach höchstens noch ein oder zwei Mal. Ich weiß, in The Corbomite Maneuver hat sie das nochmal an. Das spielt ja auch fast nur auf der Brücke und deswegen sieht man das gut, wie sie da so sitzt. Und danach bin ich mir aber unsicher. Vielleicht wissen da unsere Hörer auch mehr, ob sie das nochmal wieder anhat. Ich nenne es immer die senffarbene Uniform. Ja, stimmt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das grün oder gelb sein soll. Keine Ahnung. Verfolgungsjagd. Fand ich übrigens, warum verfolgen die die? Das habe ich zwar verstanden, wenn man denken soll, dass die Enterprise irgendwie ein Polizeischiff ist. Aber warum die die jetzt unbedingt aufbiegen und brechen und dann so jagen, dass das andere Schiff auch noch gleich kaputt geht, das fand ich ein bisschen enorm. Ich meine, die haben natürlich auch was zu verbergen und verhalten sich entsprechend auffällig und gehen dann auf so eine waghalsige Flucht. Aber wie siehst du das? Naja, haben wahrscheinlich so ein bisschen überreagiert. Andererseits, ich wurde auch schon mal angehalten, habe mich gefragt, wieso. Also keine Ahnung. Also wahrscheinlich, weil sie halt nicht reagiert haben einfach auf die Rufe von Uhura. Und dann muss man da mal einfach gucken. Weil könnte ja sein, dass sie irgendwie was ganz, ganz Fieses im Schilde führen. Vielleicht haben sie irgendwie so eine Bombe, die das Universum dann vernichtet oder so. Keine Ahnung. Muss man halt mal gucken. Ja, die haben ja andere Bomben an Bord. Die haben andere Bomben an Bord, genau. Ja, es geht dann halt weiter, dass sie dann die Crew dieses Schiffes rüber beamen auf die Enterprise, weil das Schiff halt kurz davor ist zerstört zu werden. Und die Enterprise hat auch nicht genug Energie, um diesen Deflektor-Schild aufrecht zu erhalten, der die quasi so mitschützt. Was ja dann auch Teil der Folge ist später, dass die Enterprise quasi die Batterien leer gefahren hat. Oder der Tank ist leer, sozusagen. Und dann beamt als erstes der Mr. Mud an Bord. Da nennt er sich aber noch nicht Mr. Mud, also keiner weiß das, sondern er nennt sich Leo Walsh. Und ja, man sieht diesen Charakter und der fällt einem ja sofort auf. Also mit diesen Klamotten, die der anhat, mit diesem Schnäuzer. Der Blackfills-Gedenk-Schnäuzer. Ja, genau so, sieht aus wie direkt aus dem Kölner Karneval, so ein Wirt irgendwie in so einem kölnischen Biergarten so. Der sieht genauso aus wie Harry Mott in dieser Folge. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist ja diese Brustbehaarung von dem, die ja noch auf dem Hals wächst. Haben sie das angeklebt? Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach so unglaublich behaart sind und auch bedauerlicherweise so unglaublich behaart sind. Also ich denke, das war echt, das sah schon schlimm aus. Was mir an seinem Aussehen am meisten auffiel, war diese riesige Gürtelstalle. Also Obelix, der wäre neidisch auf den. Die ist ja wirklich Dina 4 Blatt groß oder so. Sieht ganz seltsam aus. Aber man merkt sofort, dieser Typ, der hat es faustdick hinter den Ohren. Also wer sich so kleidet und so auftritt, der muss irgendwas zu verbergen haben. Oder auch nicht. Also der hat jedenfalls was Besonderes. Sagen wir es mal einfach so. Also ein richtiger Abenteurer. Und was mir auch in dieser Szene aufgefallen ist, und ich weiß es nicht, ich habe mehrmals zurückgespult und vorgespult und so. Der Walsh, so heißt er da ja noch, geht dann an das Transporterpult. Da steht der McCoy und der Scott stehen da. Und sag mal, schlägt der McCoy auf den Hintern? Echt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Kommt dann und sagt so, ja, jetzt bin ich halt hier auf diesem Schiff. Und dann hörst du so, patsch. Und dann bist du umgeblendet auf die Brücke. Und man sieht nicht genau, wo dieses Patsch herkommt. Und naja, vielleicht war auch der Wunschvater das Gedanken, dass jemand mal den McCoy so ordentlich auf den Hintern schlägt. Dass er aber eigentlich sich wie ein Arzt benimmt. Ja, genau. In den letzten Folgen der schwachen Vorstellung. Ja, da kommt später wieder so eine Szene, wo McCoy sich seiner treu bleibt, um es mal so zu formulieren. Ja, aber dann kommen ja, nach dem Herrn Matt kommen ja dann diese drei reizenden Bomben. Werden dann hergebeamt sozusagen. Und dann guckt der Spock erst mal ganz verwirrt, weil da stehen halt diese drei Frauen, die sehr aufreizend gekleidet sind. Ja, und McCoy und Scott, die sind so, ja, freudig bis notgeil gucken. Ja, die können auch gar nichts mehr machen. Die sind ja einfach nur, also, die sind wie in so einem Cartoon fast schon. Eigentlich müssten denen so die Augen so ein bisschen rausspringen. Und dann müssten sie anfangen zu sabbern. Das hat ja alles seinen Grund, das wird auch später erklärt. Aber im ersten Moment denkt man, ja, jetzt kommt mal klar. Habt ihr noch nie eine Frau gesehen irgendwie in einem Kleid? Ist schon ein bisschen komisch. In der Tat, ja. Aber was ich auch wieder toll fand, wenn die Frauen sich dann so, diese drei aufreizenden Frauen sich da so bewegen. Natürlich können die nicht durch die Flure gehen, ohne dass auf dem Soundtrack es geht. Irgendwie so. Sehr erotisch alles. Ja, total. Der Kirk will den Matt ja dann in seiner Kabine sprechen. Da habe ich mich gefragt, Sebastian, was ist eigentlich mit dem Ready Room? Kam der tatsächlich erst in Next Generation? Ja, dieses ganze Layout um die Brücke rum gab es erst bei The Next Generation. Die haben ja das Besprechungszimmer auf der Enterprise. Aber das ist irgendwo anders. Nicht direkt neben der Brücke. Dieser Konferenzraum. Der kommt ja auch in dieser gleichen Folge später vor. Ja, genau. Ich glaube, das ist dann eher neben der Kegelbahn, von der wir ja auch neulich schon gehört haben, dass es die auf der Enterprise gibt. Neben dem Gymnastiksaal ist dann noch die Kegelbahn, genau. Ja, aber ich fand es auch komisch. Da kommen irgendwie fremde Menschen an Bord des Schiffes und da will man die empfangen. Und wo gehen sie hin? In die Privatkabine des Käpt'ns? Ja. Echt jetzt? Da gibt es keinen anderen Raum für. Naja, sei es drum. Als der Matt dann sich auf den Weg macht, zusammen mit Spock und den drei Frauen, da sagt der Matt dem Spock dann auch, you're part Vulcanian. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Ist Spock offensichtlich kein, ich nenne das Wort jetzt einfach mal, vollblütiger Vulkanier? Kann man das sehen, dass er halb Mensch ist? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe da zwei Erklärungen für. Einmal die, die du jetzt gerade gesagt hast. Und zum anderen die, dass vielleicht ein vollblütiger Vulkanier nicht auf einem Föderationsschiff mit Menschen anheuern würde. Die tauchen ja sonst eigentlich nicht als Sternenflottenoffiziere auf. Das ist eine gute Erklärung, gekauft, ja. Da habe ich gar nichts dran gedacht. Stimmt, das könnte sein. Erst später dann so mit Tuvok und Konsorten sieht man das dann mal. Und vielleicht ist das noch so ein Überbleibsel. Klar ist das auch mal wieder hinterher hingebogen, so ein Überbleibsel von Enterprise, wo ja auch die Menschen und die Vulkanier zwar befreundet sind, aber doch noch ganz getrennte Wege gehen eigentlich. Ja, genau. Unter dem Gesichtspunkt macht es tatsächlich Sinn. Was ich auch interessant fand, während dieser Turboliftfahrt, da gibt es ja bereits an Spock so einen Wink mit dem Zaunfall, was dann später quasi die ja auch zugeben. Eine der Frauen impliziert ja schon, dass Matt so was wie ein Menschenhändler ist. Er sagt das ja dann auch später als allererstes in der Kabine mit dem Käpt'n, sagt er dann, Das ist Mikargo. Wyving Settlers ist, glaube ich, das Erste, was diesbezüglich gesagt wird. Siedler mit Frauen ausstatten. Damit ist ja klar, dass er irgendwie die Frauen da auch irgendwie hinbringen muss. Aber die Frauen, die kommen ja jetzt nicht so ganz dahin, wo sie eigentlich hin sollen. Denn da ergibt sich dann ja eins zum anderen. Und die Folge führt erstmal dazu, dass sich die Enterprise neue Lithium-Kristalle besorgen muss. Ja. Und da deswegen erstmal zusehen muss, dass sie dorthin kommt. Und vielleicht wären ja da auch neue Männer für die Frauen zu finden. Also die Siedler, die am Anfang erwähnt werden, die gehen dann leider auch leer aus. Die müssen halt länger warten auf ihre Frauen. Die Enterprise begibt sich ja dann erst in Richtung Rigel 12. Und da ist eine Lithium-Mine. Und das fand ich auch irgendwie interessant, weil es wird ja gesagt, dass diese Arbeiter auf Rigel 12 da, ich glaube drei Jahre wird irgendwie gesagt, dass die drei Jahre da sind, ohne irgendwelchen Kontakt oder so. Es sind drei Leute. Würdest du den Job machen wollen? Nee, aber ich wäre auch nicht gerne heutzutage Frachter-Kapitän oder irgendwie auf einer Ölbohrinsel. Das wäre nichts für mich. Ja. Aber ich glaube, wenn du genug hast von Menschen, dann ist das vielleicht mal ganz schön, wenn du drei Monate, drei Jahre sowas machen darfst. Einfach mal als so eine Art Sabbatical. Aber richtig toll ist das da ja auch nicht. Das ist kein schöner Sabbatical. Ja. Fürchterlich harte Bedingungen. Fürchterlich. Wird ja noch gezeichnet auf dem Planeten, auch ganz, ganz schlimm da. Ständig diese Magnetstürme. Ja, Sandstürme, die so krass sind, dass man da sein Geschirr raushängen kann. Und das wird dann von dem Sand sauber gepustet. Das fand ich wahr. Dass sowas im 23. Jahrhundert überhaupt noch als eine Tech-Lösung, wo es andere Technologie geben sollte, also dass sie dem Typen keine Geschirrspülmaschine mal mitgeben, das finde ich schon enorm. Die leben da ja wirklich wie Mönche dann auch noch. Aber das mit dem Geschirr sauber sanden ist echt eine interessante Technik. Wenn wir jetzt irgendwelche Zuhörer in Tunesien haben oder so, würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich funktioniert. Weil es dient ganz logisch. Du hängst halt irgendwas irgendwo hin und der Sand wäscht das dann sozusagen sauber. Klar. Vielleicht nicht antibakteriell sauber, aber irgendwie sauber. Nicht umsonst macht man ja mit Sandstrahlen auch, wenn man irgendwelche Sachen reinigen oder irgendwelche Oberflächen verändern will. Genau. Aber wir sind schon auf dem Planeten. Vorher kommt ja noch so einiges. Genau. Ja. Da wollte ich auch nochmal hin zurück. Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt Polizeischiff. Und das wird hier in dieser Folge auch wieder ganz, ganz deutlich. Denn es gibt ja dann erstmal diese Anhörung in diesem Raum. Und das ist ja so, als wenn die Polizisten, also Kirk, Spock, McCoy und Scott, jetzt den Verdächtigen, also Matt, tatsächlich verhören. Und sogar mit einem Lügendetektor. Oh ja. Der erstaunlich gut funktioniert. Der so gut funktioniert, dass ich mich frage, warum sie den in späteren Folgen und Serien nicht mehr einsetzen. Der hätte, glaube ich, sehr, sehr viel Ärger erspart, wenn es ein Ding gibt, das so verlässlich ist. Also der Leo Walsh oder Harry Mudd, der muss nur die kleinste Ungenauigkeit sagen. Dann fällt ihm sofort der Computer ins Wort und sagt Incorrect. Ja, das fand ich auch alles so ein bisschen unlogisch, weil hinterher wird irgendwie angedeutet, dass der Computer sozusagen die Aussagen von Harry Mudd abgleicht mit seinem Profil, was da irgendwo gespeichert ist. Er ist ja ein Krimineller, ist sogar so ein bisschen irre, Psychiatric Treatment und sowas. Er hat noch nicht mal einen Führerschein. Diese Masters License hat er nicht, die man halt irgendwie offensichtlich braucht, um ein Schiff zu führen. Ja, irre das Ding. Aber wenn der Computer das quasi abgleicht mit dem Datensatz, den es schon über ihn gibt, warum sagt der Computer nicht gleich, ja, das ist übrigens Harry Mudd, Freunde. Naja, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch verstanden, keine Ahnung. Ja, da sind sie merkwürdig unscharf. Genau, ja. Das Lustigste, das ist natürlich auch dazu da, die Szene, damit sie so schön zeigen können, wie der Roger C. Carmel dann so spielen darf und wie er sagt, ja, ich bin der. Und dann sagt der Computer, nein, falsch. Und dann eher immer so, nein, und er ärgert sich dann so fürchterlich. Also, der ist ja alles andere als subtil, dieser Typ. Und auch diese Szene nutzen sie, um dieses, ja, nach heutigem Humorverständnis vielleicht etwas Platte bis wirklich zum Hintersten auszukosten. Richtig, ja. Ich musste aber lachen, das hat irgendwie funktioniert bei mir, muss ich sagen. Ja, schon, lustig ist es schon, das stimmt. Ich habe mich auch, das ist ja ein Problem übrigens, wahnsinnig viele, ich nenne es jetzt mal Polizeiserien, ja, weil es ist ja irgendwie eine Serie wie aus einer Polizeifolge im Weltraum. Warum hat der Matt eigentlich keinen Anwalt? Der wird da quasi gerade befragt, ja, von einem Tribunal oder von so einer Art Vortribunal. Und ich würde mir einen Anwalt nehmen an Mats Schelle. Haben sie Anwälte abgeschafft in der Zukunft? Nee, zumindest im 24. Jahrhundert gibt es sie wieder. Aber eine gute Frage. Warum er nicht auf die Idee kommt zu sagen, ich möchte einen Anwalt und dann müssen sie irgendwo eine Starbase ansteuern und dann erst mal zum, so ist es ja bei Next Generation, zum JAG Office gehen zum nächsten, um dann da eine Verhandlung zu machen. Also, dass das da, der ist ja jetzt auch kein offenkundiger Schwerverbrecher, dass man da jetzt ein Tribunal auf dem Schiff ganz schnell machen muss, ja, weil die, weil es gar nicht anders geht, weil die Eile geboten ist da, sonst, da hast du recht. Ja. Das ist wirklich komisch. Naja, aber auch dieser Computer, ne, ganz toll mit dieser Sinuskurve, die man da sieht die ganze Zeit und dann ist da so eine, also fand ich fantastisch optisch. Ja, der Retro-Futurismus, der kommt wieder links und rechts. Also, ich finde, das ist auch wieder eine sehr, sehr hübsche Folge, wo sie sich bei allen Kulissen und bei allen technischen Dingen, die man so neu sieht, unglaublich viele Gedanken gemacht haben. Ja. Wirklich hübsch. Finde ich auch echt, echt schön. Ja, Ruthie, Magda und Evie. Die haben keinen Mann, sie brauchen aber einen für ein erfülltes Leben, ne? Das nimmt man da auch so ein bisschen mit. Ja, das ist ein bisschen traurig. Also, die werden, die Frauen werden ja nur darüber definiert, wie sie aussehen und ob sie, ob sie den Männern gefallen und alles andere ist irgendwie egal. Und die größte Sinnkrise für eine von den drei Frauen ist auch dann gekommen, wo sie merkt, dass sie irgendwie von den dreien als drittschönste nur angesehen wird. Und da ist sie ganz verzweifelt. Und das, finde ich, vermittelt ein Bild, das nicht ganz so schlimm ist, wie es Germany's Next Topmodel tut, aber zumindest ein bisschen bedenklich. Wir regen uns ja immer viel zu viel und viel zu oft, fast schon, finde ich, über das altertümliche Geschlechtsbild bei Original Series auf. Aber man muss nicht so tun, als wäre heute alles schön. Ja, da kann ich nur absolut zustimmen. Völlig richtig. Man guckt vielleicht sogar so ein bisschen strenger, wenn man sich so alte Kamellen anguckt, wie jetzt zum Beispiel die Original Series. Guckt man wahrscheinlich ein bisschen sogar strenger drauf, als auf das, was heute so abgeht. Weil die ganze Werbung und solche Sendungen, wie du sie gerade genannt hast, die basieren ja genauso da drauf. Und ja, kann ich hier nur hundertprozentig zustimmen. Da ist das hier sogar noch wirklich harmlos eigentlich. Ja, ich versuche auch einfach den Blick dafür, dass mir das so schrecklich auffällt und ich das jedes Mal erwähnen muss, ein bisschen abzulegen. Weil mir geht das auch bei anderen Stellen im Internet echt mitunter auf die Nerven, dass alte Sachen nach heutigen Gesichtspunkten so völlig unnachgiebig beurteilt werden und teilweise auch verurteilt werden. Und das, finde ich, ist einfach nicht okay. Okay, man kann mit Kopf und Verstand auf damalige Sachen gucken und da vielleicht Sachen ein bisschen altertümlich und seltsam dran finden. Aber man kann dann auch trotzdem sagen, ich schaue das jetzt weiter bis zum Ende, weil ich mich dazu entscheide, dass mich das jetzt nicht so stört, dass ich das nicht mehr weitergucken will. Und man ist trotzdem kein schlechter Mensch. Es gibt ja Menschen, die das echt so sehen heutzutage. Und da habe ich manchmal echt Probleme mit. Rant over. Ja, gut, aber da kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Man muss es halt schon richtig einschätzen, richtig werten und so. Es gibt ein paar richtig schlimme Beispiele, jetzt nicht unbedingt bei Star Trek. Die finde ich auch nach wie vor erwähnenswert. Aber solche Geschichten hier, die aus dieser Zeit auch einfach kamen. Und nun, Star Trek hat ja in vielen Dingen, hat man da sehr zukunftsorientiert gedacht. Vielleicht in weniger, als manche Fans so glauben. Aber ja, mein Gott, da kann man da, denke ich, auch dann drüber hinwegsehen und sich davon nicht die Folge vermiesen lassen. Das ist mir hier auch so gegangen. Also ich werde, das kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ein positives Fazit geben am Ende. Und wenn ich das jetzt so überbewerten würde, ja, also dieses Frauenbild da, dann würde ich das ja auch nicht geben können, dieses positive Fazit. Ja. Viel mehr geärgert hat mich, dass McCoy, wie der komplett nutzlos ist, die Ruth, die baggert ja irgendwann den McCoysen mal an. Die geht dann in die Krankenstation und dann steht die ja vor so einem Medical Scanner. Und dieser Medical Scanner, der macht ganz lustige Geräusche und lustige, macht ja so Piep, Piep, weißt du, macht so Lampen an irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Und dann geht sie und dann sagt McCoy so, I wonder what makes it do that. Aber auf die Idee zu kommen, sie mal da zu behalten und sich das mal genauer anzuschauen, weil vielleicht auch die Männer ein bisschen komisch auf sie reagieren, ihn selbst eingeschlossen, kommt er auch da mal wieder nicht. Richtig. Ich fand, ich finde den McCoy, der ist eigentlich einer meiner liebsten Charaktere. Ich finde den so, wenn ich mir Star Trek vorstelle, finde ich McCoy immer so nett und so cool und so menschlich. Und bis jetzt hat uns die Originalserie leider nur Inkompetenz und Rassismus von ihm so ein bisschen serviert. Und noch nicht viel, wo ich eigentlich den McCoy sehe, den ich in meinem Kopf und in meinem Herzen habe. Das stimmt ja. Und auch so ein bisschen Alkoholismus, weil der McCoy so ein Schnapsvorrat da unten hat. Das haben wir ja auch schon gesehen. Der Brandy. Ja genau, der Brandy. Das würde man ja auch nicht in so einer Krankenstation vermuten. Du, ich mag den McCoy aktuell immer noch wahnsinnig gern und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Und dann, mir fällt es halt einfach nur auf, wie überfordert er halt in diesen ersten Folgen einfach ist, wenn es halt um so medizinische Geschichten geht. Aber das ist ja auch bei den späteren Ärzten teilweise genauso. Also ich habe ja jetzt gerade mal wieder The Next Generation geguckt. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber das ganz kurz nochmal eingeworfen. Die Crusher, die weiß ja auch oft nicht, was da abgeht gerade. Und das macht ja dann die Folge auch aus. Weil wenn der McCoy das sofort auflösen könnte, was da jetzt abgeht, dann wären ja viele Folgen, würden ja gar nicht funktionieren. Ja, es gibt ja auch so eine lange Reihe von Folgen, wo der Crusher gefühlt jeder Patient wegstirbt. Mal dann später. Also dagegen ist das, was wir jetzt bei McCoy sehen, eigentlich noch ganz nett. Ja, aber mit den Frauen ist ja dann doch was. Also das biebt und bubt ja nicht von ungefähr, als die Ruth davor steht. Simon, was ist los mit den dreien? Ja, die nehmen eine Droge, denen wird eine Droge eingeflößt von dem Harry Mudd. Das ist die Venus-Droge, so heißt sie, glaube ich. Die Venus-Droge und wenn sie die einnehmen, dann sehen sie ganz jung, ganz wunderschön aus, sehr weiblich, rundlich auch wird genannt, also runde Formen und so. Und verzaubern sämtlichen Männern um sie herum den Kopf. Ja, und wenn sie die nicht nehmen oder besser gesagt, wenn sie die längere Zeit nicht genommen haben und der Vorrat im Körper zur Neige geht, dann? Dann wird impliziert, dass sie hässlich sind, aber eigentlich werden sie dann normal, sie sehen normal aus. Ja, es gibt so eine Szene, wo die drei dann so richtig gezeigt werden und dann haben sie die extra geschminkt, so ganz aschfahl und so falten da und dann, und der eine haben sie die Haare durcheinander gemacht. Das fand ich sehr seltsam irgendwie. Da geht auch für mich die Folge in so einen Fantasy-Bereich rein, dass die Droge tatsächlich so eine krasse Wirkung nach außen hat, die aber auch so ein bisschen psychologisch bedingt ist einfach nur. Das habe ich, das strapaziert ein bisschen die Glaubwürdigkeit an der Stelle, finde ich. Ja, ja genau. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch auf das Ende kommen, also auf die letzte Szene, da wird es dann noch ein bisschen unglaubwürdiger. Naja, man muss sich halt, man muss sich da halt ein bisschen drauf einlassen. Und es wird ja auch an einer Stelle gezeigt, wie die dann die Venus-Droge von dem Harry wieder bekommen und dann nehmen die die so richtig gierig, nicht nur so, als würden sie dadurch schön werden, sondern so, als wären sie wirklich körperlich süchtig und abhängig davon. Das ist so eine ganz eindrückliche Szene, aber das steht gar nicht so weiter hinterher im Vordergrund. Das stimmt. Das fand ich ein bisschen komisch, bedenklich auch. Ja, aber ja, sie hätten es halt noch weiter ausführen sollen, weil natürlich waren diese Frauen danach abhängig nach der Droge. Also so habe ich es zumindest interpretiert, weil sie haben sich ja so darüber definiert, dass sie einen Mann finden oder dass sie geliebt werden sollen oder dass sie halt schön sind, dass sie natürlich so eine völlige psychische Abhängigkeit von der Droge entwickelt haben. Und dass sich das dann physisch auch auswirkt, das ist ja bei Drogen so durchaus. Ja. Okay. Simon, was mir gerade mal so zwischendurch auffällt, wir hatten ja vorhin mal den McCoy. Ist dir auch der Ring am kleinen Finger aufgefallen, den er hat? Nein. Den sieht man in einer Szene auf der Brücke ganz deutlich, dass er am rechten kleinen Finger einen Ring trägt. Und da habe ich mich gefragt, trägt er den immer und sieht man den öfter oder versteckt er ihn so wie James Doohan seinen Appenfinger versteckt, den er ja aus dem Zweiten Weltkrieg mitgenommen hat. Also dargelassen hat, besser gesagt, nicht mitgenommen hat. Oh Gott. Als Anden. Entschuldigung. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen mehr auf McCoys Hände demnächst. Mich würde das interessieren, ob er diesen geilen Ring immer anhat. Was ist das für ein Ring, weißt du das? Ist das irgendwas Besonderes für den Schauspieler DeForest Kelly oder einfach so ein Ring? Du, das könntest sogar. Ja? Man trägt so einen? Wenn es ein Ehering ist, trägst du ihn noch nicht am kleinen Finger normalerweise, oder? Vielleicht ist das sein Ehering und vielleicht ist das so ein Südstaaten-Ding, keine Ahnung. Aber DeForest Kelly ist verheiratet und McCoy ist geschieden. Von daher wäre das ja irgendwie schon krass und komisch und tragisch, wenn er einen Ehering trägt. Oder das ist irgendwie so eine medizinische Auszeichnung. Der Eskulab-Ring, nenne ich ihn jetzt mal. Den kriegst du, wenn du deinen Hippokratischen Eid besonders gut in den Macht gehst. Naja, gut. Genug davon. Wollen wir mal zum Planeten kommen, zu den Minern. Zu den Minern, sage ich schon. Zu den Minenarbeitern. Sehr gerne. Childress heißt der, ne? Ben Childress ist der Chefminenarbeiter. Und da haben sie aber wirklich so einen richtigen Malocher-Typen genommen, oder? Manfred Krug. Wie ist das? Genau. Also der, das ist so ein Arbeiter einfach. Der sieht so aus. Der sieht kräftig aus. Das ist jemand, der merkt, der verdient mit seinen Händen, also mit harter Arbeit sein Geld einfach. Ich finde den richtig super, den Childress. Das ist ein echt toller Charakter auch. Dem bringen sie da jetzt diese Frau hin. Und die bleibt dann da so bei ihm. Und er sagt dann, er ist dann gar nicht so, dass er sagt, ja, hier eine Frau. Er ist so, ach Mensch, ich habe immer selber gekocht. Und das hat mir auch immer lecker geschmeckt, ja. Also was soll ich jetzt mit dir? Und dann macht sie ihm auch was. Und stellt ihm das da hin. Und er isst das. Und du merkst, er findet das richtig geil lecker. Will das aber nicht zugeben. Und sagt dann so, ja, kann man essen irgendwie. Und ich finde, das ist eine coole Sau. Ben Childress. Den habe ich jeden Moment genossen, als der auf dem Fernsehschirm zu sehen war. Ja, genau. Ja, Evie und Childress, die sind ja dann in dieser Butze quasi zusammen da, wo er auch wohnt. Und die führen ja dann quasi so eine Art Ehe schon, oder? Ja, richtig. Wie so eine zwangsvermittelte Ehe, was es ja auch ist. Ganz traurig und trist irgendwie. Die Frauen, die wollen ja auch irgendwie reich und verbandelt werden und so. Und ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, auf diesem Planeten da reich zu sein. Und das Geld von den Minenarbeitern da sich mit dem Childress zu teilen. Du kannst es ja noch nicht mal ausgeben da. Aber ja, die führen dann so eine Art Ehe. Und dann kommen wir an einem Teil der Folge an, wo auch die Enterprise-Crew relativ stark in den Hintergrund tritt. Die ist überhaupt eigentlich gar kein, hat gar keine so große Präsenz in der ganzen Folge. Die sind nur so ein bisschen Katalyst. Aber das eigentliche Drama spielt sich ja schon ab zwischen Matt und den Frauen und den Minenarbeitern. Richtig. Die Enterprise ist einfach nur da, weil sie halt da sein muss in dem Moment. Weil sie haben ja ihre Energie, ihre Lithiumkristalle sozusagen verbraucht. Und müssen ja jetzt diesen Deal machen mit den Minenarbeitern, dass sie von denen Kristalle kriegen. Und der Matt denkt sich halt gleich, ich verkaufe meine Frauen und dafür bekomme ich die Lithiumkristalle. Und das sind die, die die Enterprise braucht. Und dann werde ich hier Chef von der Enterprise. Und er erzählt sich das selbst wie so eine lustige Geschichte in diesem Konferenzraum. Und lacht sich total über seinen genialen Plan tot. Freut sich da richtig drüber. Da stehen zwar zwei Sicherheitsleute von der Enterprise, die hören das alles mit und regen sich überhaupt nicht. Oder sagen mal, Junge, back mal kleine Brötchen. Aber vielleicht ist das auch ein Teil seines Wahnsinns, der ihm ja vorher schon bescheinigt wurde. Ja, möglicherweise. Ja, was passiert denn dann noch auf dem Planeten in der Mine? Ja, Kirk kommt ja dann mit Matt runter, weil halt einfach der Childress erstmal überhaupt keinen Bock hat, diesen Kristall abzugeben an die Enterprise, die den halt braucht, um damit weiter zu fliegen. Und sie kommen mit Matt runter und besuchen die beiden, die da gerade sitzen. Und währenddessen hat aber die Evie die Droge sozusagen ja abgesetzt. Beziehungsweise die Wirkung ist verloren worden. Und ja, sie sieht jetzt wieder ganz normal aus. Und das sieht der Childress und ist erstmal gar nicht begeistert. Ja, da hat er ein bisschen verloren bei mir an dem Punkt. Ich mochte ihn ja die ganze Zeit über eigentlich ganz gerne. Aber da war er ziemlich kacke. Und dann sagt er irgendwie, ich kriege hier den Trostpreis und Evie fühlt sich auch so. Und dann rennt sie nämlich weg. Genau, ja. Und was lernen wir dann am Ende, als alles sich wiederfindet und sie wieder zusammengeführt werden? Was ist dann die Moral von der Geschichte, Simon? Man muss an sich glauben. Man muss an sich glauben. Genau wortwörtlich so habe ich es da stehen. Dann sieht man auch schön aus. Das hätte man mal dem Elefantenmensch sagen sollen. Ja. Der hätte sich dann ganz fest konzentriert und dann hätte er auch ausgesehen wie, weiß ich nicht. Ich meine, es ist so eine naive, schöne Idee eigentlich, diese Lösung. Ja, natürlich hängt viel davon ab, dass man halt zu sich steht, wie man nach außen wirkt. Ja, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man mit sich zufrieden ist, dann wirkt man ja auch durchaus attraktiver auf andere Menschen. Ja, klar. Das ist ja ganz leidend so. Aber sie machen sich dadurch natürlich sehr, sehr einfach und versimplifizieren auch diese Drogenthematik, die sie da eingeführt haben. Ja, das ist dann einfach so. Ja, man muss einfach nur positiv denken, dann wird schon alles gut. Dass das nicht so funktioniert im Leben, davon können viele Menschen ein Lied singen. Ja. Die Botschaft an sich ist eigentlich ganz cool. Aber dafür, dass man da jetzt wirklich was rausziehen und sich selbst verbessern kann, dafür ist es zu gleichnishaft. Ja. Zu sehr mit Symbolen und mit Make-up gearbeitet, als dass es irgendwie subtil und glaubwürdig wäre. Ohne jetzt das schlecht reden zu wollen, weil ich finde eigentlich die Auflösung interessant und das, was die Folge an der Stelle sagt, echt gut. Aber es ist ein bisschen so aufbereitet, dass man es auch wirklich auf jeden Fall versteht. Und auch da denke ich an die Zeit zurück, in der das Ganze lief. Und deswegen kann ich, kann ich das der Folge auch verzeihen auch. Also ich, ich weiß nicht, ob man das hätte komplexer darstellen können und dass die Folge dann immer noch unterhaltsam gewesen wäre, ja. Für das Publikum. Vielleicht hätte es das Publikum damals auch jetzt vielleicht nicht überfordert, ja. Aber vielleicht hätte es nicht so gepasst an die Erwartungen, an die die Leute hatten, als sie jetzt so mal den Captain Kirk und die Enterprise eingeschaltet haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass man es halt, man hätte es vielleicht ein bisschen, ja, intelligenter erzählen können alles, ein bisschen facettenreicher auch. Aber vielleicht hat man sich auch gedacht, nee, dann wird es halt vielleicht zu komplex. Was meinst du? Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Man hat ja ganz bewusst eine relativ einfache Handlung auch immer gehabt in den Folgen der Urserie und nie wirklich einen B-Plot, wenn dann nur so eine kleine Nebenbedrohung, die sich irgendwie ergibt. Aber nie einen wirklich parallel verlaufenden Handlungsstrang, weil man wirklich, glaube ich, ganz klar darauf setzte, pro Folge ein Thema, eine Geschichte, eine Pointe zu transportieren und das Ganze auch bloß nicht zu kompliziert. So hat Fernsehen einfach damals funktioniert. Und selbst die Next Generation, das vergisst man so gerne, hat in den ersten anderthalb Staffeln oder so genau so angefangen. Wenn man mal anfängt und sich zu jeder Folge irgendwie den Inhalt auf einen Zettel schreibt, sind die auch nicht länger da. Dann kommt so ein gewisser Punkt in Staffel zwei, da merkt man auf einmal, die Geschichten werden jetzt facettenreicher, vielschichtiger, komplizierter. Ja, aber das ist einfach Fernsehen gewesen früher. Das ist auch okay so. Ich kann mich auch mal einfach nur auf eine Sache konzentrieren, ohne gleich vier Facetten da sehen zu müssen. Genau und unter diesem Gesichtspunkt finde ich dann, dass die Auflösung eigentlich reparierte das halt wieder. Was man am Anfang so, dieses eher negative Bild, dieses vereinfachte Bild halt von Frauen-Männer-Beziehungen und so weiter, repariert das halt so ein bisschen wieder, weil es halt so ein positives, so eine positive Stimmung einfach hat. Weißt du, also denk positiv, nimm, du musst dir nicht irgendeinen Mist einwerfen, du musst dich nicht groß verändern, sondern glaub an dich selbst. Und das ist ja eigentlich dann eine Message, mit der man leben kann. Ja, da gibt es ganz andere Folgen, die viel weniger sagen oder die viel größeren Quatsch auch sagen, als diese Folge es tut. Ja, nix hat. Weißt du, woran mich die Folge total erinnert hat? Wenn ich, ich saß, ich lehnte mich hinterher in meinem Sessel so zurück und hab gedacht, Mensch, das war ja eine tolle Wildwestgeschichte eigentlich. Mit Siedlern und Minenarbeitern und Frauen, die irgendwo da rausgebracht werden in den Westen, wo die da gerade am Klondike sitzen und ihr Gold schürfen womöglich. Und ich hab fast so die Vermutung, dass das so die Folge war, mit der Roddenberry und Co. dieses Versprechen einlösen wollten, wir machen Wagon Train to the Stars. Also Wagon Train war so eine Western-Serie. Und genau so fühlt sich das für mich eigentlich an. Wie ein Western. Und ich mag Western und deswegen mag ich auch die Folge total gern. Und das bezieht sich auch so auf die Charaktere, die da so vorkommen. Dieser reisende Gaukler. Und die Ivi ist, man verzeiht mir jetzt die Ausdrucksweise, ich benutze das jetzt nicht, weil ich dieses Wort gerne sage. Ich sag das, weil ich, weil das so eine, so eine typische Westernfigur ist. Die Hure mit dem goldenen Herzen. Ja. Ja, es ist mit dem Herzen aus Gold, so. Ja, ja. Fand ich toll. Meine Western-Geschichte, ja. Ich glaub, es gibt ganz viele Leute, die sind von dieser Folge genervt und gelangweilt, weil Western ist heutzutage nicht mehr so richtig angesagt. Aber ich mag das. Mir gefällt das echt gut. Glaubst du wirklich, dass viele Leute die Folge nicht mögen? Ich glaube, viele Leute mögen die Folge wegen dem Harry Mudd in erster Linie. Weil der halt, ja, einfach so ein Charakter ist, einfach. Der, der, der Unvorhergesehenes tut, ja, den man nicht so richtig einschätzen kann, der diesen Abenteurer-Vibe so ein bisschen mitbringt. Dieser Schurke, dieses Schurkenhafter, ne. Dass er ja eben ein Zuhälter ist und eigentlich hinter Schloss und Riegel gehört, das ist ja eine andere Geschichte. Und auch noch seine, seine, ja, Kundinnen abhängig macht. Ähm, ist ja eine andere Geschichte, aber so wird er ja nicht dargestellt. Er wird ja eher so als der, der Schurke, den man eigentlich so ein bisschen mögen muss, wird er ja dargestellt. Kirk nennt ihn am Ende ja auch Harry. Die sind ja auf so einer First-Name-Basis dann sogar, ne. Also der mag ihn halt sogar so ein bisschen, ne. Und ich glaube, dass der halt viele, die Folge von vielen Leuten deswegen gemocht wird. Aber ich kann mich auch irren, weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Der ist ja schon ein gern gesehener Charakter. Ich glaube, gerade diese Comic-Relief-Charaktere fand man damals echt schön. Deswegen ist ja er genauso wie der Riley von ein paar Folgen zu einem Publikumsliebling geworden und wurde nochmal wiedergeholt. Genau, ja. Der Mann, der hat irgendwie, ich finde es ein bisschen schade, dass er so ab der Mitte etwas verschwindet, etwas in den Hintergrund tritt. Weil er ist ja echt lustig und er macht, er verbreitet gute Laune. Und dann kommen wir bei den Minenarbeitern an und er ist so ein bisschen weg. Klar ist er dann auch am Ende immer noch da und er löst das Ganze mit auf. Aber der Fokus geht dann etwas von ihm weg und hin zu Chiris und Evie. Evie, genau, ja. Ja, Simon. Ja. Hast du noch was am Zettel? Nö, eigentlich nicht. Du? Ne, ich auch nicht. Wir können mal zum Fazit schreiten. Magst du starten? Ja, also ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt. Das ist eine lustige Folge mit einem lustigen Abenteuer-Charakter, der einfach sehr cool ist. Dieser Matt gefällt mir sehr gut. Es hat, wie ich gerade schon gesagt habe, eine etwas naive, aber dann nur noch sehr schöne Message am Ende. Und ich gebe auf jeden Fall einen Daumen hoch. Auch wenn das alles natürlich sehr weit hergeholt ist. Ja, den Daumen hoch gebe ich natürlich auch. Das habt ihr euch sicherlich jetzt ebenfalls schon gedacht. Für mich funktioniert die Geschichte gut. Sie ist durch die Bank einfach gut gespielt. Über die obsoleten Darstellungen kann ich hervorragend hinwegsehen, weil es so unterhaltsam ist und weil es so wohlwollend alles ist, was dort passiert. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, den Harry bald wiederzusehen. Denn der kommt vielleicht jetzt in den Knast, aber gar nicht so lange. Bald begegnet er uns wieder. Aber in der nächsten Woche erstmal nicht. Ja, Simon, was ist nächste Woche auf unserem Plan? Das ist die Folge What are little girls made of? Zu deutsch, der alte Traum. Der alte Traum, ja. Könnt ihr jetzt auch eine Woche von träumen? Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, diesmal bei Trek am Dienstag. Ich fand es wieder hervorragend. Vielen lieben Dank, Simon. Sehr gerne, kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, und dann auf bald und keep on tracking. Macht's gut da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss. Eine Trek am Dienstag 2017 Produktion.